In Augsburg fehlen 20.000 bezahlbare Wohnungen und wenn die Stadt nicht bald tätig wird und etwas dagegen unternimmt, dann müssen die Menschen hier in der Augsburger Innenstadt campen und in Zelten wohnen. Deswegen haben wir heute zwei Zelte aufgebaut, um die Situation zu verdeutlichen. Was können Sie tun? Nicht nur nächstes Jahr am 15.03. Die Linke wählen, sondern schon jetzt hier fürs Volksbegehren Mietenstopp unterschreiben. Wir wollen erreichen, dass sechs Jahre lang die Mieten nicht erhöht werden dürfen. Diese Zeit brauchen wir, um für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.